Und damit Herzlich Willkommen auf meinem ersten Kanal. Heute spielt ihr die Demo von Sequere. Ja Leute, ich weiß nicht was mich erwartet. Starten wir mal. Soll ziemlich creepy sein. Ein Indie-Horror-Game. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Let's have fun. Where are you to move? To walk. Aha. Laufst du schon mal ziemlich schnell. Kann man auch rennen? Nö. Ein Auge. Noch ein Auge. Use the light. Maus 1, Maus 2. Rot. Blau. Grün. Rot. Whatsapp. Oh. Ich weiß nur. Es geht darum. Irgendwie. Wir sind ja zwischen Realität und Traum oder weiß der Teufel was. Bip. Man kann ja die Farbe verändern. Und dann sieht man irgendwas oder man sieht nichts. Rot, Blau, Grün. Rot, Blau, Grün, Grün, Rot. Rot. Äh. Always use the light. What? A to interact. Moment. Nein. Da komm ich nicht durch. Nein. Dann drücken wir mal in. Juhu. What? Keine Ahnung. Fragezeichen. Eeww. Hehe. What? Das war nicht nett. Tot. Uff. Ich glaub wir haben den falschen. Moment. Load. Macht er was? Ne. Sometimes just go too far. Or supernatural. Ja, also mir macht es bis jetzt richtig Spaß. Ich hoffe ihr auch. Oder ihr habt auch Spaß. Ich bin ja mal gespannt. Wie komm ich jetzt da durch? I use the flashlight. Das weiß ich. Rot, dann komm wir hier durch. Wo sie ich... Irgendwas ist das mit dem... Ähm. Üp. Ein Rätsel mit diesen Teilen hier. Nein. Sie kann sich... Sie bewegt sich nicht. Nein. 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 Es kommt wieder von oben. Shit. Falscher Knopf. Da muss ich irgendwas... Ich muss wieder eine Farbe spielen. Mist. Gleich nochmal. Gibt's doch nicht. Irgendwie. Das ist das Rätsel. Dass wir da durchkommen. Tja Leute. Auf. Auf. Rot. Rot, Blau, Grün, Püpp, Püpp, da kommen wir auch nicht hoch. Je nachdem, wie man das hier verändert, komme ich dann da vielleicht durch. Was muss ich tun? Nein! Oh, nein! Och, nein! Mist! Oh, verdammt mich! Ich bin sprachlos, Leute. Ja, was soll ich tun? Das Rätselslösung liegt also in diesen Teilen. Nur, jetzt trifft das Richtige. Damit das Teil nicht von oben kommt. Aber welches? Danke für das Gespräch. Ich bin begeistert. Wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen. Hopp, Püpp! Hm, mit dem Ende kann ich nichts machen. Rubber Duck. Mit dem Auge auch nicht. Bei Rot auch nicht. Was muss ich tun? Muss ich alle anmachen? An, 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 an. An, an, an. Jetzt sind alle an. Oder muss ich alle abmachen? Ne, da auch noch einer an. Und jetzt? Nein! Wow! Komm, das ist schon wieder. Das gibt's doch nicht. Mann! Ich hab' dich sauer. Das kann doch nicht so schwierig sein, Leute, oder? Doch, es ist schwierig. Zu gerne blutsam. Ich bin sauer. Irgendwas muss ich tun. Trifft das richtige Ding. Danke für das Gespräch. Mich juckt's. Mich juckt's. Rot verschwindet. Ich lass' es mal bei Rot, mach' gar nicht. Vielleicht ist das das Rätsel. Nein! Falscher Fehler. Falscher Fehler. Falscher Fehler. Danke. Vielen Dank. Matsch. So, das hess' du davon nicht. Start. So langsam werde ich sauer. Gibt's doch nicht. Habt ihr eine Lösung? Ich nicht. So. Jetzt. Hold the might. Mal schauen. Rot. Blau. Ich lass' mal bei Blau. Oder Grün. Bip. 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 Spiel macht mir schon Spaß. Nur. Nein. Auch falsch. Warum? Man kann sich ja da nicht mehr bewegen. Man wartet einfach so ein bisschen hoch runterkommt. Wunderbar. Ich bin begeistert. Bäm. Bäm. Guck. Guck. Notch. Guck. Fällt mir nicht. Aaaaahhhh. Manns 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 Manns. Lauf, Trautl Lüstelein, Lüstelein Bei Rot kommen wir da durch Die Ente, die Ente irritiert mich doch noch So Und nun? Jetzt habe ich alle an Oder? Jetzt habe ich alle an An, 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 nein Grün Rot Blau, Grün Rot Gibt's doch nicht Gibt's doch nicht Gibt's doch nicht Wieso wollen wir das schaffen? Wo ist das jetzt die Lösung? Leute Hab keinen Plan Mist Ich lauf und trink Und wunderbar Ich weiß schon gar nicht mehr Wie lange ich für aufnehme Ja Leute Heute ist Montag Für die meisten Beginn die Woche heute Mit Arbeit Ich hoffe ihr habt ne schöne Woche Ich hoffe ihr habt ne schöne Woche Das habe ich noch gar nicht probiert Das habe ich noch gar nicht probiert Nein Auch falsch Nein War doch nicht falsch? Oh Leute Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Hell Is Die Hölle ist jetzt Always use the light Oh da steht oder was Hit way to hide Och du Kacke Vor was? Oh 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 what? Oh 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 Wir laufen Wohin? Ich verändere lieber mal die Farben Oh Irgendwo sind wir jetzt im Gang? What? Oh Kann ich da irgendwas machen? Ne Nee Nee Oh What? They didn't pay us much Now you all pay A lot What? What? Ah ich kann da rein Und dann kann ich mich verstecken Ho 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 Es ist nice Haha Oh Save here S2 Crouch Eh Ich hab auch nichts Später Charakter Save Game saved Oh Nice Ich bin da vorhin reingehübscht Ich finde das Spiel richtig was Don't wake him up Das soll ich nicht aufwecken Oh Ich wollte gerade sagen Seht ihr das da oben? Wenigstens habe ich ein Save Game Ja Leute Ich würde sagen Das war es Für den ersten Eindruck mit Sequere Luzem Lezu Sequere Luzem Ein wirklich Krasses Krasses Lustiges Spannendes Creepy Game Wie gesagt Ist noch in der Demo Und ich glaube ich mache den zweiten Part noch davon Weil wir haben ja jetzt es saved oder? Falls ihr Lust habt Guck mal Je nachdem wie die Resonanz so ist Ich würde es auf jeden Fall weiter spielen Und Jo Aber wirklich Ein dickes Lob Äh An Skashi Cooles Game Hat mir sehr viel Spaß gemacht Und Ich würde mich freuen wenn ihr wieder einschaltet Beim zweiten Part von Sequere Luzem Jo In diesem Sinne Danke mich fürs Zusehen Habt einen schönen Start Und bis zum nächsten Mal What's the fuck again Auf meinem Brustücken Kanal Euer Rentner Danke fürs Zusehen Ciao Bis zum nächsten Mal Tja 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 Vielen Dank.